Wollen wir da unser Zeichen reinsetzen? Wir haben das dann noch mal auf Video, Junge! Was denn? Junge, was hab ich denn für Ultra-Bucks, ey? Du wolltest kein Hackenkreuz, ey! Nein? Das wird das Haus vom Nikolaus! Ich glaub, ich baue jetzt hier mal ein geiles Fenster. Sano, wie ging das noch mal weiter? Was machst du da denn überhaupt, ey? Was ist das denn hier, ey? Ja, das hier ist ein Stuhl. Das ist da, oder? Ein Stuhl. Das ist halt jetzt so ein Stuhl mit so einer Stütze. Sano, wie baut man noch mal ein Haar an ein Fenster? Ein Haar an ein Fenster. Leon, wie braucht man eigentlich noch ein Haar an ein Fenster? Das hier muss weg. Auf jeden Fall gab's da noch diese Seitendinger hier. Irgendwie so... Hallo? Hm. Stimmt, ja. Jetzt musst du hier noch mal so einen rüberbohren. Hier so. Nein, komm. Fünf. Ich hab eine Sechs gemacht. Lol. Alter, Illuminati Confirmed. Guck dir das an. Man kann auch eine Fünf. Kannst gleich eine Sechs machen. Oder, Wayne, guck dir das an. Ein S. Oder? Eine Neun. Nein. Nein, jetzt pass mal. Halt dich fest. Alter. Halt dich fest. Na ach. Ne. Alter. Pass auf. Eine Null. Was ergibt das alles? 9-11. Klar. Illuminati Confirmed. Ja. Ey, guck dir her. Wieso ist das auf einmal TNT? Dann erinnert uns das einfach an 9-11. Ist das hier etwa der Stahlträger? Ist das hier Jetfuel? Sollen die TNT-Blocke Jetfuel darstellen? Alter, Lirm und warum liegt denn hier Heu? Wie das denn? Maske auf. Vielleicht ein Blase? Wollen wir jetzt mal weiterspringen, oder? Ja, und wie viel soll ich die ganze Zeit rumramponieren? Hier, Challenge 11. Nö. Wollen wir nur die Challenge wegmachen. Ja, okay. Also, Alessandro und ich waren gerade hier. Das sieht man daran, dass der Checkpoint offen ist. Dann springen wir jetzt einfach hier weiter. Alessandro, bist du am Start jetzt? Ja. So, Stage 11, 2. Ey, Lian, du musst das noch machen. Gib mir den hier auf den Sack. Das ist hier schon so superbad, was wir hier machen. Yo, easy. First take, one take. Sagt euch das was? Hm. Wir haben den Checkpoint nicht aufgemacht übrigens noch. Ey, Lian, wenn du noch einmal deinen scheiß Mund in der Aufnahme aufmachst. Dann kommen Alessandro und ich zu dir. Was machen wir dann, Alessandro? Sag's bitte. Weiß ihr jetzt Gesicht. Richtig. Ja, ich glaub, wir sind ziemlich verlaufen. Probe jetzt nochmal zu Checkpoint. Alter. Das geb ich nicht an. Wie kann man denn nur so einfach nur Orientierung von so einem Goldfisch haben, Alter? Ich versteh nicht, was lang geht, wie ich da rohre. Nein. Weiß nicht, wie man da hochkommt. Nein. Ja, komm zu mir, Arameos. Nein. Der muss die Challenge hier machen. Ach, das interessiert euch. Doch, die Zuschauer. Die Zuschauer sind kleine Arschgewechste hoch und so. So, lass nur gegen die Tasche spüren, ey. Ja. 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 Ach, Leon, jetzt komm einfach ran hier. Obwohl du hast den Weg gefunden. Na gut. Ich wär aber hochgeflogen. Ist mir auch scheißegal, was jeder einzelne Zuschauer für ein Wichser ist, ey. So ne kleinen gekoppelten Kinder. Alles anderes geht weiter. Minecraft spiel ich eh noch hoch und so. Ist so, ey. Wo ist die Challenge? Speech. I'm a white carpet. Alter, wo seid ihr denn jetzt? Es dauert mir irgendwie mal zu lange mit euch. Ich find den Weg immer nicht. Ja, das ist manchmal voll verwirrend. Manchmal kann man durch die Türen gehen und sowas. Manchmal kann man halt nicht durch die Tür gehen, ne? Genau. Und dann denk ich immer, wenn ich durch die Tür gehen kann, dann muss ich da noch durchgehen. Aber jetzt hab ich's gelassen. Jonas B. Kommen Sie bitte. Speech. I'm a white carpet. Weißt du was? Weißt du was? Vielleicht mal ein bisschen TNT um die Fresse, wenn du mal so ein Schätze schreibst. Alessandro, kommst du jetzt bitte mal ran? Ich schreib dir gleich deine Fresse zu. Alter, lass uns auf Kabel spielen weiter. Das ist eine geile Aufnahme schon wieder, ey. Das ist wieder minimiert. Am Ende ist gleich die Tondatei weg. Ja, richtig, ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab die ganze Zeit genetic gehört. Bei ihnen sind doch unsere Zuschauer einfach nur egal. So ein Monstrum. Richtig, ey. Wir können einem die Zuschauer egal sein. Das versteh ich nicht. Verstehst du das, Leon? Ja. Die Wohnen sind mir natürlich egal, aber mir ist halt wichtig, dass... Vor allem, ich fall hier runter. Wo soll ich denn dann bitte weitermachen, Alter? Ja. So ein bisschen überlegen kann man schon, wenn man so eine dumme Scheiße in den Gleis hat, ey. Ja, und jetzt? Hier durch und dann? Ja, warte mal, Leon. Ich helfe dir. Ja, hier durch. Und dann würde ich mal sagen, hier geht's weiter. Hier. Wo bist du denn überhaupt? Ja, hier. Ja. Ich seh dich nicht. Alter. Ich seh dich echt nicht. Ach, da bist du. Ne, komm. Ja, wenn du auch schön bist, Alter. Ja, komm, um einfach. Komm einfach wirklich um, Alter. Kannst du nicht mal wollen. Fuckin. Nicht, Mann. Was willst du? Was ist das denn jetzt hier für'n Sprung? Achso. Dein Sprung. Ja, ich dachte grad, er wäre schwierig, aber dem war nicht so. Open. Prison cell. Prison cell. Prison cell. Prison cell. Prison. Ja. Checkpoint. Checkpoint. Keine Ahnung. Stage. Ist noch mal alles zu? Ey. Ich hasse euch. Wo seid ihr denn? Ja. Im Gegensatz zu dir sind wir auch mal schon weitergegangen. Ich versteh ja gar nicht, wo wir hin müssen, Liam. Julia Leischig ist grad im Fernsehen. Ich freu mich. Vielleicht da unten. Ah, ne. Wahrscheinlich hier. Ne, hier ist auch zu. Hä? Sag. Fuck. Ach guck mal, da geht's raus irgendwie. Aber wie kommen wir da hin? Muss man ja die Tür aufmachen. Welche? Wir müssen doch jetzt Stage 7 und 8 machen. Ist hier oben, hier ist die Tür zu. Ja. Ja. Ach so. Mir fack ich dann geschlüsselt. Echt jetzt? Ja. Ah, ok. Ich hab mich auch grad ein bisschen gewundert. Ach da. So. Boah. Was ist denn das für ne Scheiße? Junge, wo geht's denn hier weiter, Mann? Äh, hier ist Stage 7, Open Checkpoint. Das ist total durcheinander, einfach nur. Open Checkpoint? Ist mir doch egal. Ich fliege hier einfach hoch, Mann. Wir gehen mir nicht auf den Sack. Was ist mir denn von mir so? Junge. Alter, ey. Das ist ganz schön was draus. Weißt du, was ich dazu sage? Hashtag abgehoben. Abgehoben. Hashtag ich mich fresse, ey. Und so halte ich gerne. Alter. Davor hab ich aber echt nicht verstanden, wo wir langen mussten. Ist ja Blutspuck, der. Sogar mit meinem geilen Orientierungswert. Der ist ja hoch. Hä? Hä? Wie ist es überhaupt lang? Ja, das ist ja das Problem. Wir wissen es auch. Was hast du denn für ein OW? Was Alessandro für ein OW hat? Ich kann es euch sagen. Ja. Alessandro hat einen von drei. Dann muss ich eigentlich mal ändern, oder? Ist ein bisschen zu gering. Obwohl, eigentlich passt es ja, weil du ja nur so ein dummer Eremit bist. Ja, ist richtig. Und du wolltest ja so ein Berg-Eremit sein. Und dann kauerst du wahrscheinlich ganze Zeit nur in deiner Hütte ab. Ehemals Adelverscher. Ja, also das kannst du, das könnt ihr euch nur am Schöne selber ausbringen. Komm her, alles hinaus. Ja, Liam, du auch gefunden. Schlag doch mal Liam runter anstatt mich, Junge. So ein U-Kai hier, ne? Wir haben 30 Challenges gesprungen. Stimmt doch gar nicht. Also das Gebäude bin ich auch dafür, dass wir da springen. Das ist Core-Lega. Core-Lega. Nein, Core-Fu. Halt diese Bombe-Sprünge, ey. Wieso leckt denn das so? Leckt das bei mir in unten rein? Wir haben auch nur drei Frames. Also ich habe 100. Ich habe 100.